Hallo, hier ist wieder Thomas von Tom2TomGames und ihr seid mit dabei in der 24. Folge unserer Let's Play-Reihe zu Bundesliga Manager Professional. Ja, die letzte Folge, die war natürlich mächtig spannend und hat eine ganze Menge Erfolg gebracht. Jetzt ist die Frage, kommt hier heute die Ernüchterung? Wir sind jetzt in der Saison 95-96 und spielen mit dem SV Werder Bremen das erste Jahr in der ersten Bundesliga nach unseren Aufstiegen. Und da wir ja den DFB-Pokal gewonnen haben, haben wir jetzt auch direkt hier die Teilnahme im Europapokal, Europapokal der Pokalsieger. Und haben da gleich auch unser erstes Spiel gegen Linfield. Und hier sieht man jetzt eben eine Sache, die der Bundesliga Manager Professional noch nicht hatte. Sein Nachfolger, Bundesliga Manager Hattrick, aber dann sehr wohl hatte, nämlich auch mal Informationen über Vereine im Ausland. Überhaupt die Möglichkeit, dass man da mehr machen kann. So wie es hier ja auch, dass der Transferpool hier so klein ist und man auch nicht bei, weder bei heimischen Mannschaften noch im Ausland sich vielleicht da transfermäßig bedienen kann. So kriegt man tatsächlich über die gegnerischen Vereine überhaupt gar keine Informationen. Also es ist mir vollkommen unklar, ob wir Linfield jetzt locker schlagen oder ob wir da eine dicke Klatsche kriegen. Und das wird sich also zeigen müssen. Ja, wir haben im Moment einen Kontostand von 380.000 DM und haben jetzt ja diese Kredite, die hier demnächst mal irgendwann auslaufen. Und wir müssen irgendwie Geld verdienen. Dafür brauchen wir vor allen Dingen auch mal vernünftige Verträge bei den Sponsoren und die kriegen wir offensichtlich nicht. Vielleicht klappt es, wenn wir jetzt im Europapokal gespielt haben. Das erste Spiel ist ein Heimspiel. Ich hoffe eigentlich, dass wir da vielleicht auch mal 19 nehmen können. Ausverkauft wäre 24.000 Zuschauer. Das ist auch recht klein. Also ehrlich gesagt steckt da nicht genug Geld drin. Das liegt auch daran, dass ich hier die Vertragssituation nicht gut gemeistert habe, ehrlich gesagt. In den vorangegangenen Spielzeiten. So. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie das Spiel so läuft. Europapokal, der Pokalsieger, Hinrunde, Ausverkauftes Haus bei 20 DM, Eintrittspreis. Das können wir also noch ein bisschen höher machen beim nächsten Mal. Die ersten 30 Minuten sind ereignislos gespielt. 40 Minuten, 45 Minuten, nichts passiert. Ich sehe es mal positiv als Aufsteiger. Oh ja, jetzt sehe ich es sehr positiv. Es gab ja auch keine Gegenchance. Das muss man ja auch immer sehen. Deshalb war das ganz gut. Und da ist unser Führungstreffer. Und durch den Elfmeter zwar, aber immerhin. Und jetzt noch eine Chance. Vielleicht sogar noch ein 2 zu 0. Das ist ja gut. Es gibt hier Hin- und Rückrunde. Wobei die Auswärtstore wären natürlich besser, weil die ja im Zweifelsfall doppelt zählen. Aber gut. Zack. Nein, auch nicht. Naja, aber ein 1 zu 0 wäre ja schon mal ein Start. Okay. Also jetzt, unser Team ist auf jeden Fall aufgewacht. Ja, super. Und da ist das 2 zu 0. Sehr schön. Ja, so kann es doch bleiben. Das ist doch in Ordnung. Nichts, nichts monumental Tolles, aber immerhin. Kaiserslautern spielt auch hier. Die haben unentschieden gespielt in Anderlecht. Äh, Anderlecht. Entschuldigung. UEFA-Pokal. Gladbach, KSC, Düsseldorf. Ja, jetzt kommt der zweite Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Wir spielen auswärts in Bochum. Ja, jetzt gucken wir mal, ob sich da was verändert hat mit den... Ähm, ich glaube, das lässt sich ziemlich leicht zusammenfassen mit einem lässigen... Nein. Das ist schon echt bitter. Also hoffentlich passiert da jetzt mal bald noch was. Gut, zweiter Spieltag. Wir legen direkt mal los. Also muss ja weitergehen. Ja, direkt die Chance für die Heimmannschaft, für Bochum. Uh, aber schön pariert. Gelbe Karte für Rune Bratzett. Vierte Minute, jetzt Elfmeter für... Das ist bitter. Elfmeter für Bochum und verwandelt in der vierten Minute. Jetzt beginnt also die Aufholjagd für die Bremer. Ja, da ist jetzt die Chance zum Anschlusstreffer. Nein, leicht übers Tor gelupft. Neubart hat vergeben. 27. Minute. Ah, der Konter. Der Konter der Bremer. Nach vorne gespielt den Ball und jetzt wird gedribbelt. Er wird gedribbelt um den Torwart rum und rein ins Netz. Jetzt wunderbar. Lega, Torsten Lega mit seinem zweiten Treffer in dieser Saison. Und die erste Halbzeit ist zu Ende. Es steht 1 zu 1 im Moment. In diesem auf dem Papier doch recht ungleichen Duell. Wir als Aufsteiger mit Stärke 80 gegen VfL Bochum mit 67. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Mal sehen, ob die zweite Halbzeit ein bisschen klarer wird. Und jetzt wieder eine Chance für die Veteraner. Und da, nein, kann der Torhüter parieren. Ja, da passiert relativ wenig. Vielleicht müssen wir mal ein bisschen auswechseln. Neubart raus, Windenrufer rein. Und Hartgen raus, Eils rein. Und jetzt gucken wir mal, ob die frischen Spieler was gebracht haben. Ja, da ist er drin. 2 zu 1. Bremen geht wieder in Führung. Aber jetzt direkt die Chance auf den Gegentreffer. Aber nein. Bochum verkiebt. Sehr schön. Und wieder eine Chance für Bochum. Ah, der Druck aufs Bremer Tor ist groß. Das muss man sagen. Eine klare Sache ist das hier nicht. Vor allen Dingen eben nicht so klar, wie es nach den Stärkewerten sein sollte. 90. Minute, Elfmeter nochmal vergeben. Adolfs, du kannst die Tasche packen. Fliegst raus. Was soll das denn? So, und da sind wir als Aufsteiger direkt weiterhin auf Platz 1 der Liga. Das ist natürlich ein schöner Anblick. So kann es gerne weitergehen. Einnahmen hat uns das nicht gebracht. War ja ein Auswärtsspiel. Jetzt haben wir ein Heimspiel gegen BVB. Die sind im Moment auf dem 17. Platz. Aber so früh in der Saison hat das ja noch nicht viel zu sagen. So, jetzt gibt es zumindest mal andere Verträge. 67.000 ist auch wirklich eine gute Summe. 54.000 ist so lala. Aber im Moment muss ich sagen, ich war jung und brauchte das Geld. Ja, das ist mir aber zu schlecht. So, wo sind wir denn? Wir brauchen immer noch einen Schnitt von 34.000 Zuschauern. Also man müsste ja eigentlich das Stadion ausbauen. Aber es ist ja überhaupt nicht klar, von welchem Geld. Wovon soll man das machen? Gut, ich lasse mal den Preis auf 20 D-Mark. Vielleicht nimmt man damit ein bisschen Geld ein. Trainingslager können wir uns nicht leisten. Spieler verkaufen ist jetzt auch irgendwie gerade keine Option. Ich könnte natürlich einen günstigen Torwart kaufen und einen teuren Torhüter verkaufen. Was würde man denn für Rollmann jetzt kriegen? 900.000. Aber der ist auch schon 29.000, also er ist jetzt auch nicht mehr gerade jung. Dann gucken wir mal, ob wir den für 370.000 bekommen. Dann können wir den für relativ kleines Geld nämlich hier anstellen. Kriegt sogar noch eine Gehaltserhöhung, damit auch ja nichts passiert. So, drei Jahre. Ja, klar. So, und dann versuchen wir den Rollmann nämlich loszuwerden. Und dann müssen wir uns nochmal irgendwie einen günstigen Spieler hier. Der ist gut. Aber der kostet natürlich auch schon richtig. Was haben wir denn für Mittelfeldspieler, die wir vielleicht loswerden wollen würden? Die sind eigentlich alle noch recht jung. Wer verdient denn da am meisten? Wer kostet uns am meisten Geld aus unserem? Also am schlimmsten ist ja eigentlich die Abwehr. Wir müssten eigentlich Abwehrspieler kaufen. Und da ist jetzt nur dieser Pfannkuchen hier. Ist auch nicht unbedingt der tollste Name. Der Otten, der verdient am meisten. Der würde uns auch eine Million eventuell bringen. Dann müssten wir aber den hier kaufen. Warten wir mal, was der Rollmann so bringt. Also irgendwie müssen wir es jetzt schaffen, dass hier mehr Geld reinkommt. Und im Moment sehe ich da wenig Chancen. Außer verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. So, dritter Spieltag. BVB. Okay, los geht's. Ja, ist nicht ganz ausverkauft jetzt. Ist wahrscheinlich zu hoch eben für so ein Spiel. 20 D-Mark Eintrittspreis. Unser Stadion ist ja doch recht mickrig. Nicht viel Komfort. Keine Würstchenbude. Nix. Da kann man schlecht 20 Mark verlangen. Und jetzt auch noch Neubart verletzt. Gut, da muss Wind und Rufer ran. Der sollte aber nicht da hinten stehen, sondern vielleicht eher hier irgendwo in Tornähe. Bietet sich für einen Stürmer eigentlich an. So, die 19. Minute. Jetzt Chance für die Werderaner. Schönes Passspiel. Und pariert vom Torhüter des BVB. Ah, sehr schöne Chance. Die geht allerdings daneben. Das weiß ich schon. Ein großes Un... Na, was? Die gibt's auch so. Ja, wunderbar. 1 zu 0. Also bisher kannte ich die nur damit, dass der Ball dann auch noch drüber geht. Oh, weiter Schuss nach vorne und Volley. Wind und Rufer. Super. 2 zu 0 jetzt schon. 28. Minute. Erneut eine Chance für die Bremer. Flanke rein. Und pariert. Aber fast wäre Rufer wieder dran gewesen. Und dabei ist er jetzt nur als Ersatz für den verletzten Neubart reingekommen. Jetzt die Chance für den BVB. Aber vereitelt durch die Abwehr der Bremer. Ja, erneut Bremen. Bremen im Sturm jetzt. Schönes Passspiel. Jetzt vor das Tor. Und da ist er drin. Thorsten Legert mit seinem dritten Saisontreffer. Und die 38. Minute. Gehört das das 4 zu 0. Das ist das 4 zu 0 in der ersten Halbzeit. Das scheint eine sehr klare Geschichte zu werden. Rune Bratzett jetzt zweite gelbe Karte. Beim Stand von 4 zu 0 können wir eigentlich auch mal ein bisschen Druck aus dem Spiel rausnehmen. Sollte in Ordnung sein. Dann kassieren wir vielleicht nicht mehr ganz so viele Karten. Mit unserem Kader müssen wir ein bisschen aufpassen. Da muss man ein bisschen haushalten. Zack. 5 zu 0. Otten. Ach, den will ich doch verkaufen. Der offensivste Abwehrspieler, den es gibt, oder? So, 43. Minute. Eine Chance nach der anderen. Schon die neunte Chance hier für die Bremer. 5 zu 0. Und jetzt nochmal eine Chance für den BVB. Weit nach vorne. Volley, aber pariert. Tolle Leistung von Dreck. So, weit nach vorne jetzt. Und da ist er drin. In der 45. Minute noch das 6 zu 0. 6 zu 0, erste Halbzeit. Das ist mal ein Spiel hier. Ja, da sieht der BVB nicht gut aus in diesem Spiel. Zack. Fast wäre es wieder passiert. Schon die zwölfte Chance. Jetzt Standard. Okay. Das ging daneben. Wieder Windenrufer. Also der macht sich diese Partie wirklich gut dafür, dass er nur als Ersatzspieler reingekommen ist. Jetzt die Chance zu verkürzen. Aber nein. Da scheitert die Borussia erneut an Olli Reck. So, jetzt nochmal die Bremer im Sturm. Schön ausgespielt. Aber der Torwart des BVB hält den Ball. 58. Minute. In Neute Bremer im Sturm. Schön ausgespielt. Jetzt nach vorne. Die Flanke rein. Vor's Tor. Zack ist er drin. 7 zu 0. Kohns sechster Treffer. Andere haben am Ende der Saison nicht so viele Treffer. Ja, wie sagt man so schön? Flach spielen, hoch gewinnen. Oh, rote Karte Torsten Legert. Ob das jetzt das Spiel kippen lässt? Nein. Die Bremer wieder im Sturm. Von der Seite rein. Und da ist der Ball drin. Ja, Otten. Zweiter Treffer. Schön. 8 zu 0. Ja, 8 zu 0 ist natürlich eine ziemliche Klatsche für die Borussia. Und für uns ist das natürlich der totale Erfolg, denn wir halten damit ganz locker unseren ersten Platz in der Liga und ziehen, auch was die Tordifferenz angeht, hier dem KSC davon. Das ist natürlich schön. So, Rollmann, den könnten wir jetzt verkaufen. Und hier ist die Transferliste, da hat sich kräftig gefüllt. Super. So, 890, das machen wir einfach mal. Zack. Haben wir 1,6 Millionen. So, jetzt brauchen wir günstige Abwehrspieler. Die haben sie nicht. Keiner im Angebot. Und die sind alle so alt schon. Der ist schon so gut. Das heißt, der ist zu teuer. Und der ist eigentlich zu alt. Wie alt sind unsere Stürmer? Ja, na gut. Ich meine, Neubart ist auch nicht mehr der jüngste. Wenn wir den hier vielleicht, was verdient denn der Neubart-Bahn und so? 52.000. Ähm, 52.000. Ja, naja, aber ich brauche ja eigentlich einen Abwehrspieler. Für Borowka oder Ordner, der Satz? Ähm, 29 Jahre. Ähm, da bieten wir mal 755.000. Und wenn ich den jetzt für drei Jahre verpflichte, 38.000, ist immer noch weniger als bisher verdient wird. Und dann packe ich den Otten auf die Transferliste. Oh, Eike Immel könnte ich kaufen. Ei, 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 ei. Na gut. Ja, ob das jetzt hier so die Lösung ist. Aber wir sparen hier und da mal ein paar Tausender. Das ist, glaube ich, schon in Ordnung. So, jetzt haben wir, ähm, die Rückrunde im Europapokal, der Pokalsieger. Ach, wir könnten mal gucken, nach dem Spiel können wir doch nochmal einen guten Vertrag irgendwie finden, oder? Also, dass die da, da müsste doch jeder bei mir jetzt eigentlich, die müsste doch Schlange stehen. Das ist wirklich unglaublich. Das kann ich nicht verstehen. So, jetzt, also, Auswärtsspiel, das müssen wir natürlich, ähm, da müssen wir auch ein Türchen machen, ne? Und dann läuft das schon. So. Okay, Neubart verletzt, sonst aber alle am Start, das ist gut. Dann, äh, einmal hier kurz. Jetzt, äh, ja, schon nicht schlecht, ne? Da führen wir die Liste schon an. Zack, Europapokal, äh, in, gegen Linfield. Und direkt die erste Chance. Nach zehn Minuten schon die erste Chance, aber der Torhüter, der Gastgeber pariert. Vierzehnte Minute, ja, wo jetzt die Gastgeber im Sturm. Da wird gedribbelt und jetzt die Flanke rein fürs Tor, aber geklärt durch Rek. Dreißigste Minute. Vierzigste. Okay, jetzt. Rein mit dem Ding, ja, wunderbar. Da ist der Treffer. Das sieht schon mal ganz gut aus jetzt. Ähm, das ist gar nicht unseres. Das ist unseres, ja. Ja, im Moment sieht so aus, als könnten wir die nächste Runde doch erreichen. Trotz der vereinzelten Chancen hier von Linfield, ja, halten wir uns ganz gut im internationalen Wettbewerb. Das ist natürlich sehr erfolgreich. 52. Minute, weiter Abstoß jetzt. Äh, von Linfield ganz nach vorne, direkt in den Sturm. Aber unsere Abwehr klärt. Souverän. Wunderbar. Oh, da ist sie wieder, die Chance. Mal sehen. Welche ist es jetzt? Ist es die, wo der Ball reingeht oder nicht? Ich habe ein bisschen Angst. Das ist die, die ich eben meinte. Die kenne ich, ne? Wo es daneben geht. Vor dem leeren Tor und noch daneben. Das ist wie, wenn du morgens früh an der grünen Ampel stehst. Naja. Ja, jetzt sind wir beim Unentschieden. Aber hier kommt die Chance, jetzt wieder zu erhöhen. Nein, 67. Minute. Vielleicht brauchen wir mal frische Spieler oder einfach mehr Einsatz. Mehr Einsatz ist vielleicht, was wir brauchen. Wir haben gar keinen Stürmer mehr als Ersatz. Dann muss es so gehen. Okay, jetzt der Druck wird aufgebaut. Wintner-Rufer hat vergeben. Vielleicht noch eine Chance. Also eine Führung, eigentlich ganz schön. Ja, super. 82. Minute. Rune Bratzelt, sein zweiter Treffer in dieser Saison. Und nochmal eine Standardsituation. Zack, nein. Schade. Dehring hat vergeben. 85. Minute. Was jetzt? Oh, doch. Konter. Konter. Der Konter der Bremer. Nein, den Ball abgelenkt. An den Außenpfosten. Aber gut. Das Spiel ist trotzdem zu unseren Gunsten ausgegangen. Und damit sind wir in der nächsten Runde. Mal sehen, gegen wen es jetzt geht. Hier werden erstmal noch die Verlängerungen ausgespielt. Eventuell sogar noch irgendwelche Elfmeterschießen noch. Super. Und das wollen wir uns nicht. Europapokal. Der Landesmeister wollen wir nicht sehen. Der Pokalsäger. Das interessiert uns. Lazio. Und wir spielen gegen den... Oh, gegen Barker. Naja. Easy. Dann machen wir locker. So. UEFA-Pokal interessiert uns nicht. Und da ist jemand an Otten interessiert. Also die Spieler sind natürlich auch wirklich gut. Okay. Den verkaufen wir auch. So. Jetzt haben wir nur das Problem, dass die Abwehr auch ein bisschen sehr dünn besetzt ist. Also einen neuen müssen wir da tatsächlich nochmal wieder haben. Und der ist nur 20 Jahre alt. Also, ob uns das jetzt wirklich auch finanziell irgendwas bringt. Ich war... Oh, das ist nicht gut. Aber ich brauche einen Ersatzspieler. Ja. Müssen wir uns mal im Auge behalten. Der Kader ist klein. Hinterher spielen wir da mit 6 Leuten oder so. Dann wird das Spiel ja, glaube ich, direkt gewertet. Gegen uns gewertet. Okay. Wir spielen in Wattenscheid. Und. Ja. Wir müssten eigentlich jetzt mal was tun, damit wir mehr Kapazität haben. Wir brauchen mehr Stehplätze. Erstmal 6.000 Stehplätze machen wir. Und vielleicht noch eine Flutlichtanlage, eine kleine, damit es zumindest nicht ganz so schrecklich ist. Und dann müssen wir am Komfort auch mal was tun. Da brauchen wir mal 650.000 für. So, jetzt haben wir erst mal ein Auswärtsspiel. Da kommt also kein Geld rein. Und gleich ist auch unsere Zeit hier schon wieder hoch. Wir haben schon wieder 20 Minuten hinter uns. Ja. So, also. Wattenscheid 09 gegen SV Werder Bremen. Bisher 30 Minuten. Ziemlich ereignislos von, vonstatten gegangen. Jetzt die erste Chance für die Bremer in der 34. Minute. Schönes Passspiel. Aber geklärt durch den Keeper von Wattenscheid. 40. Minute. Und die erste Halbzeit ist oben. Das ist allerdings, ja, die sind auch stark. 72. Aber wir müssen hier gewinnen. Sonst verlieren wir unseren Führungsplatz in der Tabelle. Und das soll auf gar keinen Fall passieren. Rein mit dem Ding. Zack, ja, im Nachschuss. Witten Rufers zweiter Saisontreffer. 60. Minute. 1 zu 0 reicht ja. Wir müssen uns nur retten jetzt. Einfach über die Zeit retten das 1 zu 0. Das wäre, das wäre vollkommen in Ordnung. Zack, haben wir gemacht. Gut. Ja, ist nicht so klar, wie ich mir das gewünscht habe. Ich meine, das andere Spiel gegen Dortmund, das sah natürlich besser aus. Aber Dortmund, kann man hier sehen, hat auch nicht gerade den besten Run gerade. Ja, wir führen weiter. Immer noch punktgleich mit dem KSC. Aber der KSC hat eben eine deutlich schlechtere Tordifferenz. So, hier sind wir im DFB-Pokal. Weiß ich gar nicht mehr. Wie war denn da eigentlich die Auslosung? Gegen FC Bayern München. Die sind unglücklicherweise da, wo ich sie mir auch sonst wünschen würde. In der 2. Liga. Deutlich schwächer. Aber, wie ihr wisst, der DFB-Pokal hat seine eigenen Regeln. So, wir spielen auch in München. Das heißt, ich brauche auch nichts mit irgendwelchen Preisen hier zu machen. Wir gucken uns hier das an. Unsere neuen Spieler, die werden jetzt so nach und nach hoffentlich auch stärkemäßig wieder ranrücken. Wir haben ein bisschen was verloren. Otten war natürlich einer unserer stärksten Spieler, den wir da verkauft haben. Aber fürs Geld tun wir alles. Ja, immerhin ist der benötigte Schnitt um 2.000 Zuschauer gesunken. Naja. Ja, jetzt ist wieder Ende des Monats und das wird wieder eine Katastrophe. Katastrophe. So, DFB-Pokal. In Bayern München sind 28.980 Zuschauer. Ich denke im Olympiastadion. Da müsste in den 90er Jahren noch gespielt worden sein, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. So, und die Bayern schießen direkt ein Tor. Das ist nur, weil ich darüber irgendwas gesagt habe eben. War klar, dass das passiert. Und direkt wieder. Nur die Bayern bisher Chancen. Chancen. Dabei sind die Zweitliga. Mann, Mann, Mann. Ja, hier der Konter jetzt. Und das ist der Richtige. Der ist drin. Ha! Zu weit rausgegangen. War das damals Kahn schon, der da gespielt hat? Ich weiß es nicht. Da hat er ja auch gefühlte 30 Jahre im FC Bayern München gespielt. Kann also durchaus sein. Zack, dann ist er wieder drin. So, jetzt sieht es aber besser aus. So kann es weitergehen, Leute. Ne, so nicht. Haha. Die spielen ja sogar in ihren Farben. Das ist nicht gerecht. Ich muss in blau spielen und die Bayern dürfen in rot spielen. Blöd. So. Zweite Halbzeit. Fünfzigste Minute. Ja, nochmal die Chance jetzt. Ah, ne. Das ist das Ding mit dem Konter. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut hier. So. Ja, was machen wir da? Zack. Immer noch nicht. Wie kann das sein? Nein, das muss doch drin sein. So ein Schuss. Abgezogen. Von sonst wo. Aber 2 zu 1 reicht ja. Wenigstens über die Zeit retten jetzt. Ah, nein, 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 nein. Boah, unentschieden jetzt. Muss jetzt was passieren. Ah, ich hab keinen Ersatz im... Kein Sturmersatz. Tita Isles rein. Um mal was Frisches hier zu machen. Hat aber nicht gereicht. Ah, jetzt gehen wir in die Verlängerung. Das ist hart. Das ist hart. So, au ja, das ist unsere Chance. Das muss nach der Verlängerung zu Ende sein. Sonst wird das zu knapp. Ich möchte hier keinen Elfmeterschießen haben. Oh, jetzt die Bayern wieder. Nein, doch. Nein, doch, nein, doch. Ah, boah, das ist spannend. Das ist so spannend. Erste Halbzeit der Verlängerung ist um. Und jetzt nochmal die Chance für die Werderaner. Schönes Passspiel. Und da ist der Ball drin. In der 107. Minute Führungstreffer für den SV Werder Bremen. Reicht das? Reicht das aus, um es über die Zeit zu rennen? Jetzt wieder eine Chance für FC Bayern. Nein, da ist wieder das Unentschieden. In der 109. Minute. Nur 2 Minuten hat das gehalten. Jetzt nochmal die Chance für die Bremer. Ah, nein, das hat nicht gereicht. Da war nicht 2 Minuten Spielzeit noch. Oh. Okay, Ende der normalen Spielzeit. 120. Minute, jetzt 3 zu 3. Und jetzt heißt es Elfmeterschießen. Eieiei. Ah, ich hatte gehofft, das würde mir erspart bleiben. Okay, der Erste ist versenkt. Hätte ich doch vor dem Spiel nix gesagt. Hätte ich doch nix gesagt. Schon den zweiten vergeben. Ja, ich meine, das ist gelaufen. Da müssen wir ja jetzt nicht mehr drüber reden. Das ist jetzt auch egal, was die Bayern da weitermachen. Äh, direkt die ersten beiden Elfmeter vergeben. Den dritten auch noch. Das kann doch wohl nie sein. Und wie oft schießt der Eiles eigentlich? Schießt der jeden Elfmeter gefühlt? Ach, das ist aber bitter. Das ist ja richtig bitter. Na, immerhin einen Ehrentreffer noch. Ach, gut. Ja, da wird es wohl mit dem Pokal der Pokalsieger nächstes Jahr wahrscheinlich nix werden. Ähm, das geht hier 5 zu 2 nach Elfmeterschießen aus. Und ich hätte besser vorher die Klappe gehalten. Ich gestehe, ich hätte die Klappe halten sollen. Nein, wir wollen uns das gar nicht mehr angucken. Jetzt hat sich Bockenfeld auch noch verletzt. Ausgerechnet ein Abwehrspieler, wo ich ja sowieso so viele von habe. Gut, ich brauche ja nur 3. Ah, das ist ja ganz bitter gerade. Was sagt denn eigentlich jetzt das Konto nach dem Monat? Oh, Minus, ja. Ja, das wird uns jetzt häufiger passieren. Ähm, gut. Jetzt spielen wir gegen VfB. Äh, das machen wir aber heute nicht mehr. Das gibt es erst in der nächsten Folge. Gegen den VfB. Und da müssen wir Geld verdienen. Geld verdienen ohne Ende. Das ist sowieso hier irgendwie die Devise. Keine Ahnung. Wir müssen noch mehr billige Spieler kaufen. Die, äh, sind natürlich dann auch nicht so gut. Wir halten uns dann vielleicht nur irgendwie in der Liga. Aber wir müssen eigentlich irgendwelche, irgendwelche billigen, jungen Spieler kaufen. Und die halt einfach trainieren, dass die gut werden. Äh, das ist die einzige Möglichkeit, die Kosten zu, äh, zu senken im Moment. Denn, ähm, mit dem Stadion, was wir jetzt haben, kriegen wir diesen Schnitt einfach nicht hin. Da können wir machen, was wir wollen. Können wir auch so gut spielen, wie wir wollen. Äh, der Schnitt ist einfach nicht drin. Ja, gut. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ähm, es hat auch wieder einiges passiert. Im Europapokal sind wir erstmal weiter. Im DFB-Pokal dafür ausgeschieden. Ähm, ja, ein, äh, ein Auf und Ab, sag ich mal. Ja. Gut. Ja. Wenn euch der Kanal gefällt, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr, äh, ein Abo da lasst. Und schaut euch auch gerne mal die anderen Let's Play-Sachen an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 .